Adventskalender Adventskalender haben ja wieder Hochkonjunkturen, natürlich die klassischen Kalender, die man aufhängt, die man vielleicht auf den Schreibtisch stellt, aber auch natürlich im Online-Angebot gibt es sehr viele Dinge von säkularen Anbietern, aber auch natürlich von kirchlichen Anbietern. Und das ist gut so. Auf einen, wie ich finde, spannenden Adventskalender möchte ich hinweisen. Der bewegte Adventskalender und App von Adveniat und DJK Sportverband laden zum Mitmachen ein. Da ist der Versuch zweier kirchlicher Verbände, Adveniat als Institution, als Hilfswerk und der DJK Sportverband mit christlicher Ausrichtung eben das zusammenzubinden, also spirituelle Impulse und auch sportliche Impulse. Anleitung zur Bewegung und das ist ja auch das, was wichtig ist. Begegnung braucht Bewegung und der Advent sollte eine Zeit der Begegnung sein, der Menschen untereinander, aber auch des Menschen mit Gott. Ein Versuch, beide Institutionen, Adveniat und DJK Sportverband, etwas zusammenzumachen. Es gibt den Adventskalender natürlich gedruckt, klassisch, dass man ihn sich aufstellen kann, aber es gibt ihn natürlich auch digital als App, sodass man auf seinem Smartphone sich täglich diesen Impuls sozusagen gönnen kann. Es gibt den Abonniert, sozusagen wir kümler,